Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, guten Tag. Wie man sich denken kann, geht es darum, dass dieses Jahr zu Ende geht und danach ein neues folgt, 2022. Und das ist jetzt bald und nachher ein paar Worte wieder von mir an euch. Ich hatte im Internet auch zuvor geweten, mir wieder Anregungen zukommen zu lassen und das ist tatsächlich geschehen, das Ergebnis seht ihr hier. Die ursprüngliche Forderung war, dass ich mir eine Kerze auf den Zylinderrand platzieren soll. Ich hatte da ein gewisses Bedenken wegen dem Wachs und offenes Feuer und diesen Dingen. Ich konnte dann aber runterhangeln auf eine Lichterkette mit immerhin wechselnder Farbe. Ja, das zu nehmen und dann habe ich natürlich auch mir ein paar Stichmorde gemacht und wollte euch auf dreieinhalb Dinge ansprechen. Einmal natürlich auf Corona und Omikron, kommt man nicht dran vorbei, ist noch nicht vorbei die Sache. Und einiges nervt auch mich mittlerweile, ihr seht das an meinen Oberbekleidungen, an meinen T-Shirts, das werden immer mehr. Und hier ist mal so eins und das weist auf diverse Nötige, immer noch Nötige und umso Nötigere Dinge hin. Da die Damen und Herren, Impfgegner, Corona-Leugner, Querdenker und ähnliche Vermirte Ja, auch immer mal meinen, mich persönlich im Internet, auf Facebook oder Twitter mehr oder weniger real bedrohen zu müssen oder zu dürfen. Hatte ich ja auch denen bereits ein Kleidungsstück gewidmet. Das kennt ihr eventuell schon. Und ich zeige es aber gern nochmal. Und ich werde euch auch noch ein kleines Schaubild dazu einblenden. Und dazu möchte ich auch mal noch einen weiteren Aspekt einbringen. Es gibt nämlich Menschen, die aus realen medizinischen Gründen nicht geimpft werden können oder wo das zumindest ein großes und nicht immer schaubares Risiko wäre. Also nicht ein Leiden haben, das sich Verschwörungstheorie nennt oder ein Leiden, das in einem kindischen Trotzdenken verhaftet ist oder einer Ideologie, die sehr weit, ja, sondern Menschen mit echten medizinischen Gründen, auch die gibt es. Und diese Menschen sind ja, dieser Grund bewirkt ja auch gleichzeitig in aller Regel, dass sie besonders empfindlich sind oder anfällig sind oder mit Corona, auch gegen Corona, auch gegen Corona empfindlicher wären als andere. Und sie sich selbst auch an alle anderen Regeln halten mit Abstand und Hygiene und so weiter, die aber unter anderem um hauptsächlich anhand der Taten und Herren Impfgegner ihres Lebens nicht sicher sind. Und das, dazu würde ich gerne Dinge sagen, die ich jetzt hier lieber nicht sage. Aber der Aspekt war mir noch wichtig, auch daran mal zu denken. Jetzt aber mal zu einem anderen Aspekt, der etwas indirekter mit der Thematik zu tun hat. Man könnte ihn vielleicht falsch verstehen. Von daher eine Vorbemerkung, Menschen, die ernsthaft psychische Probleme haben mit der Situation, Menschen mit Depressionen und Ähnlichem, die meine ich im Folgenden nicht. Und die möchte ich dringend bieten, sich an lebende Menschen zu wenden, mit denen zu reden. Oder wenn das nicht möglich ist, durchaus auch so Dinge wie die Telefonseelsorge in Anspruch zu nehmen. Ich habe das vor einigen Jahren auch selbst schon getan. Meine Erfahrungen waren positiv. Also die sind jetzt nicht unbedingt, die sind auf keinen Fall jetzt gemeint. Aber im Laufe der Situation haben wir ja auch eine ganze Menge, ja, wie soll ich sagen, normal Genervte, normal Gelangweilte und so weiter. Und ich kann es verstehen, so wie ich, mit de facto ohne Familie, de facto ohne Freunde, auch vor diesen Jahren schon. Das trifft nicht auf viele zu, aber ich wollte mal darauf hinweisen, es besteht kein Zwang, eine gute Laune zu haben. Das ist nicht verpflichtend. Das hat man nicht unterschrieben. Man muss nicht immer gute Laune haben. Äh, äh, mal laut und mal wunst und wunst und laut, das ist, äh, schön. Das ist auch mal schön, aber es ist nicht die einzige Sache. Und, äh, ja. Als ich darüber nachgedacht habe, ähm, ist mir dann der, ähm, anderen Grimme, Preisträger von, äh, 2004, wieder eingefallen, den ich ja, ähm, nach wie vor sehr mag. Und, ähm, der hat ja zu diesem Thema etliches, ähm, gesagt und, und auch verkörpert. Wir erinnern uns, er gewann 2004 den Adolf-Krimmen-Preis und seine Lieblingsbeschäftigungen bestehen zum Beispiel darin, zu Hause seine Südwand anzustarren, äh, Südwand, das Muster der Raufasertapete auswendig zu lernen, seine Lieblingszeitschrift, die Wüste und Blu zu lesen, Festmeländer im Fernsehen zu schauen oder seine Sammlung der langweiligsten Eisenbahnfahrtstrecken auf Video zu erweitern. Er, äh, trinkt oder verspeist sehr gerne lauwarme Mehlsuppe mit einem Hauch Ingwer und seine plakativ schlechte Laune, die setzt er der Freudeigkeit, der aggressiven Freudeigkeit seiner Kollegen aktiv entgegen und er zitiert auch gerne zum Beispiel Sartre, die Hölle, das sind immer die anderen. Ich möchte auch ein paar Zeilen aus seiner, äh, einem seiner bekannten Songs verlesen und das sind, ist aus dem Werk Ich sage Nein und lauten wie folgt Ja, da staunst du, was? Aber ich bleib hier Du kannst machen, was du willst aber sicher nicht mit mir Ich schlage vor, du gibst jetzt mal ganz alleine, ganz viel Gas und ich wünsche dir dabei von Herzen ganz, ganz, ganz viel Spaß Wir alle hier, wir haben genug von diesem Quatsch Nurum spring allein vom Zehner und mach auch alleine Platz War das jetzt zu kompliziert? Oder hast du was am Ohr? Macht ja nichts Wir singen es hier gerne alle nochmal vor Ich sage Nein Ja, äh, das ist, äh, eben meine Reminiscenz an, äh, Bernd das Brot Der, 2004, den Amt Anders Grimme-Preis erhielt, beziehungsweise Präziser gesagt, der, äh, Tommy Kraftweiß Der auch bereits zum Vorherigen Thema, äh, zu den Schlauen Und sich ihrer Schlauheit ungemein bewussten Äh, äh, ja, jetzt hab ich den Fein verloren Aber sie wissen, dass sie schlau sind Sie wissen das ganz genau Da hat der Tommy Kraftweiß auch ein wunderbares Lied Auf YouTube eingestellt Das ich euch, äh, gerne, äh In der Clip-Info Verlinke Sanning Kruger Sanning Kruger ist Das Stichwort Ja, ähm, das zu dem Was, äh, gibt es noch Ja Was natürlich schlimm war, war Ich hatte, ähm Jetzt auch schon wieder mal einen Geburtstag Und, äh, diesmal gibt es tatsächlich Einen Song von den Beatles Verlinke ich auch Äh, äh When I'm 64 Vieles, was darin vorkommt, trifft auf mich Na nicht zu, aber Einiges ja vielleicht doch, ne Ähm Aber Ich muss, ich muss es hinnehmen, ne Ich kann es ja nicht ändern, ne Und mir hat Als ich vor einigen Jahren Mal, äh, gejammert habe Hatte ich im Internet einen Dialog Mit jemand, ne Und war auch nicht mehr der Jüngste Und Irgendwann hat er mir dann, äh, geschrieben Und hat dann gesagt Ach komm Hör doch auf Äh, alt sein ist genauso geil wie jung sein Nur besser, ne Nur besser Ja gut, ähm Und dann nehmen wir das mal so und, äh, gucken mal, ne Was wir draus machen, ne Ähm, und jetzt bräuchte ich noch eine Geschichte, Überleitung zum nächsten Thema Allerdings fällt mir jetzt, äh, keine ein Äh, dann mach ich einfach noch mal ein bisschen, äh, Reklame, ne Also Schleich, äh, Wärmung, ne Mein, mein neuestes, mein letztes Buch oder Büchlein, ne Ist, äh, relativ schnell, ähm, auch gelesen, wenn man das möchte, ne Äh, äh, also ich hab festgestellt, ich mag das Buch, ne Ich mag das, ne Und, äh, es geht ja um diverse Dinge, ähm Virtual Reality Psychologie, Psychotherapie, äh, verschiedene Ansätze da Und, äh, es ist keineswegs frei, äh, von, äh, Satire auch, ne Aber, auch, äh, eine gewisse, äh, Philosophie, äh, philosophische Aspekte sind darin Äh, wenn ich größenwahnsinnig wäre, ich weiß, äh, äh, es wäre so, aber Wenn ich größenwahnsinnig wäre, würde ich sagen, es hat vielleicht, äh, ein, Entschuldigung Äh, äh, es hat vielleicht einen Hauch, ein Hauch von, äh, 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 Philipp K. Nick Sehr interessant, und, äh, auch ein, zum Beispiel in meinem Kapitel über Veranstaltungen Ein wenig von, äh, 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 ein wenig von, äh, äh, Douglas Adams Aber, das wäre selbstverständlich viel zu hoch gegriffen Ähm, aber, nur um da ein bisschen was anzunehmen, äh, wie gesagt, mein zweit Avatar in, äh, in der VR In der Virtual Reality, in Second Life, mein zweit Avatar, Hobsketter, äh, äh, sagt dazu Science Fiction und Virtual Reality Treffen auf psychologische Disziplinen Amüsant, lehrreich, philosophisch, nochmals amüsant, und dabei in spannender Weise verwirrend, ne? Und, ähm, es ist auch recht preiswert als E-Book noch preiswerter, und ich will da auch, äh, kein, äh, äh, Gewinn mitmachen, wer sich sicher ist, dass er das Buch braucht, aber auch die paar Euro, beziehungsweise mein E-Book Cent nicht übrig hat, kann mir gerne mal eine Mail oder so schicken, denn wir werden einen, einen Weg finden, denke ich Ja, und, ähm, ähm, damit, ähm, bin ich mit den Hauptpunkten eigentlich durch Äh, äh, ich, ähm, meine praktische Lebenshilfe auch in diesem Jahr wieder Tragt, äh, keine Socken in der passenden Größe Also, bei mir hat sich das absolut nicht vermehrt Immer eine Nummer größer, es ist besser für euch Auf Dauer sowieso, also, meine feste Überzeugung Ähm, und, äh, gute Vorsätze, ne, wie immer, ne, vielleicht mal im nächsten Jahr einen Euro, ähm, mehr spenden Für Wohltheiligen Zwecke, als ihr eigentlich geplant hattet Ne oder, ne, nicht oder, am besten Und ein Buch mehr lesen, als ihr ursprünglich geplant hattet Wobei, statt dem Buch wäre vielleicht auch an die Graswurzel-Ramunition zu denken, eine Zeitschrift, die es in meiner Jugend schon gab und die es jetzt immer noch gibt. Und ich bin sehr froh, die einzige Zeitung, die ich auch abonniert habe, weil für pazifistische Anarchisten gibt es kein anderes oder zumindest kein besseres Zentralblatt. Auch das könnte man also lesen. Mein Spendenaufruf dieses Jahr bezieht sich auf ein anderes Thema. Ha! Ich habe noch was vergessen. Pertas Pro wollte man natürlich auch noch im Bild zeigen und wenn das zu klein ist, hier noch ein passendes Poster. Ein passendes Poster. Also nichts mit erzwungener Spaßgesellschaft. Und wenn das immer noch zu klein ist, ist es auch noch größer. Es ist auch noch größer. Es klingt ein Recht auf schlechte Laune oder zumindest kein Slang zu super Laune. Habe ich noch vergessen. Entschuldigung. Habe ich jetzt nachgetragen. Ist eigentlich wirklich blöd, weil ich wollte ja noch meinen Spendenaufruf. Ich blende da gleich wieder was ein. Ihr wisst ja die politische Lage. Ich sage mal Belarus und Ukraine und diese Gegend ist absolut nicht erfreulich im Moment. Von daher habe ich gedacht, mit meinem Spendenaufruf. Da gibt es gemeinnützige Organisationen, die Friedensforschung machen. Natürlich müssen wir uns auch ganz direkt einmischen. Zumindest zum Wort melden. Ganz akut und ganz direkt. Aber Friedensforschung zum Beispiel. Ohne Rüstung leben. Ist gemeinnützig. Könnte man einen Euro hinschicken. Oder auch zwei. Und wer noch mehr hat, auch gerne noch mehr. Ja. Das wollte ich dazu sagen. Und ansonsten wünsche ich euch allen alles Gute in allen Welten mit Long and Prosper. See you. See you.